Musik Wenn ihr in eine richtig knackige Tomate beißt, die so gut schmeckt, dass sie süchtig macht nach der nächsten Tomate, dann habt ihr sehr wahrscheinlich in eine Frutura-Tomate aus Bad Blomau gebissen. Kathrin, wir sind hier inmitten der Tomaten, in eurem Tomatengewächshaus, oder wie nennt ihr diese Halle hier? Genau, wir sind hier im Bio-Gewächshaus in Bad Blomau, in der Frutura-Thermal-Gemüsewelt und sind hier gerade bei unseren Tomaten. Jetzt, wenn man das so sieht, schaut das sehr futuristisch aus. Erklärst du uns einmal, was das ist? Das sind die Stiele der Tomaten. Genau, das ist der Stamm quasi von der Tomatenpflanze. Wir sind hier ganz normal auf einer Bio-Fläche, das ist eine Bio-Ackerfläche, wo einfach ein Gewächshaus drüber gestellt wurde. Da wachsen unsere Tomatenpflanzen elf Monate im Jahr. Also wir pflanzen im Schnitzige im Jänner unsere Pflanzen und Ende November kommen sie wieder raus. Wir ernten quasi jede Woche eine Säune Rispe mit Tomaten, wobei es da für uns ganz wichtig ist, wir ernten unsere Tomaten vollreif. Das heißt, erst wenn auch die letzte Tomate rot ist, wird sie bei uns geerntet. Jetzt sind die alle ungefähr auf der gleichen Höhe. Das ist ein kompliziertes System, dass man das schafft. Ja, genau. Eine Tomatenpflanze wird bei uns zwischen 10 und 12 Meter lang, aber das ganze Gewächshaus hat eigentlich nur eine Höhe von ungefähr 7 Metern. Das heißt, jede Tomatenpflanze wird sofort an einer Schnur angebunden und die Pflanze wächst im Schnitt 30 Zentimeter in der Woche. Das heißt, anhand dieser Schnur wird sie dann wieder heruntergelassen und weitergehängt im Kreis. So, wir fahren jetzt hoch auf eurer Hebebühne und sind jetzt sozusagen die Herrscher über diese Pflanzen, so schaut das irgendwie aus, die an dünnen Schnüren, naja, so dünn sind sie gar nicht hängen. Erklärst du uns dieses System? Ja, also die Pflanzen wären ja 10 bis 12 Meter lang, das Gewächshaus hat aber nur eine Höhe von knapp 7 Meter, also das würde sie gar nicht ausgehen. Deshalb ist da die Technologie dahinter, dass die Pflanzen werden, schon wenn sie ins Gewächshaus kommen, werden sie an dieser Schnur angebunden und hier oben sehen wir eine Spindel quasi. Die Pflanze wächst jede Woche circa 30 Zentimeter, das heißt, jede Woche wird die Pflanze dann auch wieder runtergelassen, damit sie nicht oben drüber rauswächst. Genau, das muss aber händisch gemacht werden. Genau, das wird alles händisch gemacht, also man dreht quasi die Spindel einmal um und hängt sie ein Stück weiter, damit auch nicht unten der ganze Stamm auf einmal aufliegt. Das heißt, das sind ja tausende Spindeln. Genau, genau. Die jeden Tag händisch... Einmal die Woche müssen sie händisch da bewegt werden, genau. Hier sehen wir zum Beispiel auch die Blüten, die werden jetzt von den Hummeln bestäubt und sobald sie ein bisschen weiter gewachsen sind, haben wir Mitarbeiter, die zwicken quasi die Blüten ab, sodass eine Rispe immer genau gleich viele Tomaten hat. Also da wachsen jetzt zum Beispiel zwölf und wir sagen, wir brauchen nur zehn an der Rispe. Das heißt, der Mitarbeiter nimmt hier zwei Blüten weg. So ermöglichen wir es, dass die Pflanzen und die Tomaten sehr gleichmäßig wachsen. Also da ist sehr viel händische Tätigkeit dahinter, das was man im ersten Moment vielleicht gar nicht vermutet. Wie viele tausend Tomatenpflanzen sind in diesem Gewächshaus? Also in diesem Gewächshaus hier bei einer Fläche von knapp einem Hektar haben wir 56.000 Pflanzen. Wahnsinn. 56.000 Pflanzen, die einmal die Woche per Hand bearbeitet werden. Genau. Also insgesamt haben wir da, abgesehen vom Ernten, greifen wir eine Pflanze 15 Mal in der Woche an. Da ist eben eine Tätigkeit, dass mit der Schnur, mit den Blüten oder auch mit den Blättern entfernen. Das war jetzt ein gutes Stichwort, das Angreifen der Pflanzen. Es gibt ja immer wieder die These, es wird alles digitalisiert, natürlich auch in der Landwirtschaft, wie wir wissen. Das lässt sich offenbar nicht digitalisieren. Genau, noch nicht. Also da ist schon noch viel notwendig, weil der Mensch ja doch deutlich mehr sieht und es da auch sehr stark auf die Qualität drauf ankommt, wie ich die Pflanze behandle. Auch der Mitarbeiter kann hier zum Beispiel etwas falsch schneiden und die Pflanze hat einen Schaden dadurch langfristig. Also da ist sehr viel Sorgfalt auch notwendig, das können wir noch nicht digitalisieren. Das geht wirklich nur durch den Menschen, der auch in der Liebe mitbringt zu der Pflanze. Genau. Also man muss schon ein Gefühl auch für die Pflanzen haben, sonst funktioniert das nicht. Also 56.000 Pflanzen, wie viele Mitarbeiter betreuen diese Pflanzen? Also diese 56.000 Pflanzen betreuen ca. 15 Mitarbeiter. Das ist gar nicht viel. Nein, im Verhältnis ist es gar nicht viel. Auf der gesamten Fläche haben wir ca. ein Team mit 300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. An diesem Standort? An diesem Standort ja genau, die sich ausschließlich um das Wohl der Pflanzen kümmern. Also sowohl Kulturpfleger, die Gärtner, die Erntner, ein Team, das sich eben um den Nützlingseinsatz kümmert. Also quer durch, ja. So, und ich glaube, wir versinken jetzt wieder in den Tomatenpflanzen. Christoph Schieder leitet die Frutura Thermal Gemüsewelt und ist auch für die kleinen Mitarbeiter zuständig. Christoph, du bist Betriebsleiter bei Frutura und kannst uns ein bisschen was über die Hummeln erzählen. Ihr habt hier Hummelboxen aufgestellt. Warum sind die Hummeln so wichtig für euch und in dem Fall nicht die Bienen? Also die Hummeln sind bei uns die wichtigsten Mitarbeiter. Ohne Hummeln würden nicht diese wunderbaren Tomaten wachsen. Warum Hummeln und nicht Bienen? Die Hummeln haben einen einzigartigen Körperbau. Das heißt, das Verhältnis zwischen Flügel und Körperbau und auch die Bewegung, die die Hummeln machen, wenn sie eine Blüte anfliegen, ist genau diese Bewegung, was eine Tomatenblüte braucht, damit sich der Pollen löst und damit dann eine Tomatenfrucht wachsen kann. Deshalb Hummeln und keine Bienen. Richtig. Das ist einfach optimal für die Tomatenpflanze, damit die Bestäubung auch wirklich zu 100 Prozent klappt. Das heißt, Tomaten werden ausschließlich von Hummeln bestäubt? Nicht nur. Also draußen im Freiland, wo der Wind geht, kann sich die Tomate auch selber bestäuben. Da braucht sie keine zusätzlichen Binnen oder Hummeln. Aber im Glashaus, da wir alles zu haben, da wir keinen Wind herinnen haben, brauchen wir eben diese Hummeln, damit die Früchte schön wachsen können. Jetzt hast du eine besondere Beziehung zu diesen Hummeln. Du hast mir vorher erzählt, die können hell-dunkel unterscheiden und reagieren zum Beispiel besonders auf die Farbe Blau. Richtig, ja. Also nicht nur auf Blau, sondern auch auf Gelb. Und die Tomatenblüte ist ja auch gelb. Und die sehen wirklich, die sind den ganzen Tag fleißig, fliegen den ganzen Tag ihre Runden. Die haben so eine richtige Autobahn beim Betonweg bei uns und fliegen dann in die Reihen rein und bestäuben jede Pflanze dann extra. Zeigst du uns mal, was in der Box drinnen ist, Christo? Sehr gerne. Also hier haben wir eine typische Hummelbox bei uns. Da vorne haben wir so ein blaues Einfluggitter. Das System ist eigentlich ganz gut durchdacht. Das heißt, wenn ein Loch nur offen ist, können die Hummeln nur reinfliegen und können aber nicht raus. Wenn wir zwei Löcher öffnen, können die Hummeln rein und rausfliegen. Das ist vor allem in der Nacht, also vor der Nacht werden sie zugemacht, damit alle Hummeln drinnen sind und die Nachtruhe einhalten können. Die Hummelkästen, da sind circa 70 bis 80 Hummeln drinnen und überall ist auch eine Königin, damit die Hummeln, die Arbeiterinnen wieder zurück reinfliegen. Ein kleines Problem haben wir jedoch bei den Tomaten. Die Blüte der Tomate, die gibt keinen Nektar. Das heißt, die haben eigentlich nichts zum Fressen bei unseren Pflanzen. Deshalb ist hier zusätzlich in dieser Box drinnen unten eine Zuckerlösung, damit sie auch zusätzliche Nahrung haben. Und so geht es den Hummeln eigentlich sehr, sehr gut. Ein richtiges Hotel bei uns. Man merkt das am Gesumme. Sie fühlen sich wohl. Genau. Und wir sind froh, dass wir sie haben und sie fühlen sich auch wohl bei uns. Ich hoffe, dass sie bleiben in der Box drinnen. Wenn ich bin gelb, das mögen die Hummeln. Aber du hast gerade wieder zugemacht. Das Zunge ist alles sicher. Ja, Katrin, ihr seid in jeder Beziehung nachhaltig. Statt eines Autofuhrparks habt ihr einen Fahrradlfuhrpark. Warum? Ja, genau. Also wir haben für die Mitarbeiter und Gäste und Co. haben wir hier Fahrräder oder Roller zur Verfügung. Weil wir einfach, es ist ein großes Areal mit 26 Hektar Fläche und da braucht man schon ein bisschen, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Also Fahrräder erleichtern uns das Leben hier deutlich. Ja, dann radeln wir mal los. Genau. Nach einer Radltour durch die weitläufigen Hallen der Gewächshäuser landen wir bei einem gesunden Snack, dem Spitzpaprika. Jetzt sind wir schon bei den Spitzpaprikas. Katrin, was können diese Paprika? Ja, also wir sind hier bei den Orangenspitzpaprika. Wir haben die auch in Gelb und in Rot. Das Besondere an denen ist einfach, dass sie einen extrem guten Geschmack haben. Also Paprika hat ja sehr viele gesunde Eigenschaften, aber der Geschmack ist hier wirklich herausragend. Jetzt können wir gerne ein Stück verkosten. Christoph, unser Betriebsleiter, euer Betriebsleiter, isst schon? Sehr lecker. Sehr lecker. Der Geschmack entwickelt sich wirklich erst mit der Farbe. Also ein grüner Paprika, der schmeckt immer ein bisschen bitter. Ist auch nicht so bekömmlich wie ein färbiger Paprika. Die Süße, das Aroma kommt erst wirklich, wenn er voll ausgereift ist. Das geht immer als Snack zwischendurch. Und ihr nützt es auch und nascht euch durch den Tag, oder? Genau. Also wir haben das große Glück, dass wir da sehr gesund leben können mit dem ganzen Gemüse, das wir hier haben. Ja, und ich glaube, jetzt beiße ich dann einmal in so einen Spitzpaprika hinein. Mh, geil. Kann ich nur empfehlen. Katrin brennt für das Unternehmen, das ihr Vater, Manfred Hohensinner, gegründet hat und das sie gemeinsam mit ihm und den Mitarbeitern in die Zukunft führt. Manfred Hohensinner, Sie sind Geschäftsführer und Eigentümer und Gründer von Frutura. Vor 20 Jahren gegründet und sie haben eine sensationelle Erfolgsgeschichte hingelegt. Jetzt ist Frutura heute, ihr habt 900 Mitarbeiter, glaube ich. Es ist der größte Produzent und Vertreiber von Bio, Obst und Gemüse in Österreich. Was ist denn das für ein Gefühl, so etwas auf die Beine gestellt zu haben? Naja, es ist ein Gefühl, es ist Dankbarkeit und Demut zugleich, weil, wie gesagt, wir dürfen ja, und das ist ja auch unser Grundberuf, wir dürfen Lebensmittel produzieren. Das sind Mittel zum Leben, die braucht jeder Mensch, auch in Zeiten der Digitalisierung. Und gerade jetzt hat das eine ganz andere Bedeutung wieder bekommen. Und unser Weg und unsere Überzeugung war immer, dass wir nicht nur auf unsere Umwelt schauen, sondern auch, dass die Wertigkeit dieser Lebensmittel nicht nur in der Produktion, sondern auch im Geschmack. Und wirklich hier hochwertiges Obst und Gemüse zu produzieren. Und heute stellt sich es auch heraus, das ist ja auch das wirkvollste Mittel oder wirksamste Mittel gegen Lebensmittelverschwindung. Weil alles, was schmeckt, schmeißt man nicht weg. Genau. Und hier haben wir halt immer versucht, andere Wege zu gehen, die, was nicht immer einfach waren. Ich bin, wie gesagt, auch von allen Institutionen in Österreich ausgeschlossen worden. Der Rebell. Sie gelten als der Rebell. Ich bin eigentlich kein Lauter von dem, aber wie gesagt, er hat immer versucht, andere Wege zu gehen. Und schauen Sie, alleine kann man gar nichts machen. Man braucht überall Partner. Jetzt ist dein Vater der Pionier in dieser Hinsicht. Schafft sowas, also er hat die Latte sehr hochgelegt, sage ich einmal. Schafft das Respekt oder schafft das auch ein bisschen vielleicht manchmal das Gefühl an, das kann ich nicht rankommen? Wie siehst du das? Also ja, ganz klar. Es ist ein großer Respekt vor der Leistung, die mein Vater da erbracht hat, indem er das alles aufgebaut hat. Also keine Frage, da gehört extrem viel Mut und Fleiß dazu. Ich sehe sowas schon auch als große Verantwortung. Also wir sind da verantwortlich für 900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die haben alle Familien und die wollen einen sicheren Arbeitsplatz. Und da ist es einfach auch unsere Aufgabe zu schauen, dass das auch garantiert ist. Wann hat bei dir dann dieser Prozess eingesetzt, wo du dir gedacht hast, eigentlich toll, was mein Vater da für eine Idee entwickelt hat? Eigentlich erst zehn Jahre später. Also ich bin vor knapp zehn Jahren ins Unternehmen gekommen. Davor war für mich klar, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich bin Steuerberaterin, also habe meine Liebe zu zahlen. Aber habe dann es mit der Zeit auch als Chance gesehen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, ein Familienunternehmen weiterzuführen oder weiterzuentwickeln. Und das war dann auch eine große Freude für mich. Und dann habe ich mich vor knapp zehn Jahren dazu entschieden, dass ich ins Familienunternehmen einsteige. Jetzt bist du zuständig unter anderem für die Finanzen. Aber damit natürlich im Prinzip für alles. Weil die Finanzen betreffen ja alles bis hin zur kleinsten Tomate. Also für die gesamte Logistik, das ist eigentlich alles dein Bereich. Das Image hat sich sehr gewandelt. Das Image des Bauern und der Landwirtschaft. Und heute seid ihr hier die Heroes, die Pioniere. Wie empfindest du das denn, diesen Umbruch? Also es freut mich sehr. Also gerade Corona hat uns auch gezeigt, wie wichtig eigentlich eine regionale Versorgung ist mit Lebensmitteln. Kurzfristig war die Panik. Okay, bekommen wir genug zum Leben, um uns alle zu ernähren? Und generell hat die Landwirtschaft, Gott sei Dank, wieder an Stellenwert zugenommen. Viele haben jetzt zu Hause ihren eigenen Garten, möchten selber etwas gärteln oder selber etwas produzieren, was sie auch essen können. Und dadurch ist auch der Stellenwert der Landwirtschaft gestiegen. Man sieht jetzt einen Bauern quasi anders aus meiner Sicht als zum Beispiel vor 20 Jahren, wo man eher gesagt hat, okay, das ist eher die untere Schicht der Gesellschaft. Und mittlerweile ist es die höchste Schicht der Gesellschaft, nämlich die Schicht, die uns alle in die Zukunft trägt. Genau, also wir brauchen die Landwirtschaft ganz klar für uns selbst zur Ernährung, aber auch zur Landschaftspflege. Wenn wir keine Landwirte hätten, die unsere Region pflegen, indem sie die Wiesen, die Äcker bewirtschaften, würde es ganz anders ausschauen. Ihr steht für Bio, Obst und Gemüse. Also der biologische Gedanke steht im Vordergrund. Und jetzt weiß man aber, dass das gar nicht so einfach zu vermitteln ist, weil die Leute wollen ja prächtiges, schönes, rundes Obst und Gemüse. Da habt ihr unglaublich viel Geld investiert, um das zu schaffen. Also zum einen ist nicht nur Bio bei uns wichtig, sondern vor allem auch eine nachhaltige Form der landwirtschaftlichen Produktion, wie wir es zum Beispiel mit dem Thermalwasser hier haben. Auch dahingehend wart ihr Pioniere. Ihr betreibt und beheizt eure Gewächshäuser ausschließlich mit der Kraft der Thermen. Genau, wir haben zwei Geothermiebohrungen hier und das heiße Thermalwasser benutzen wir zum Beheizen unserer Gewächshäuser. Das heißt, wir heizen ohne fossile Energieträger, sondern nur mit der Wärme aus dem Thermalwasser. Eine sehr große Investition, nehme ich an. Genau, die Investition für die beiden Bohrungen betrug ca. 17 Millionen Euro. Das heißt, es ist eine enorm große Erstinvestition. Und das Gemeine daran ist das Risiko, also dass eine Bohrung funktioniert oder nicht. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei ca. 50 Prozent. Und wenn man zwei davon benötigt, ist es natürlich schon ein risikoreiches Unterfangen, wo wir im Endeffekt auch viel Glück dabei hatten, dass jetzt alles so funktioniert und wir die zwei erfolgreichsten Bohrungen in Österreich haben. Und ihr seid die Einzigen, die das auf diese Weise machen. Genau, wir sind die Einzigen, die die Geothermiebohrungen jetzt auch im Privatbesitz haben und das so betreiben. Ein zukunftsweisendes Konzept in jedem Fall. Ja, definitiv. Entwickelst du da auch mit? Also bist du da auch dabei, sozusagen im Think Tank? Ja, bin ich teilweise natürlich auch dabei. Und es gibt da auch ein bisschen Pläne für die Zukunft, wo wir jetzt einfach schauen, Schritt für Schritt, wie wir sie umsetzen können, um eben unseren Gedanken der nachhaltigen Landwirtschaft eben noch weiter zu forcieren. Du hast mir zuerst, wie wir im Gewächshaus waren, auch gesagt, dass der Beruf des Gärtners bei euch völlig neu definiert wird. Genau, also ein Gärtner bei uns, der quasi ein Gewächshaus auch steuern kann, der braucht sehr viele Fähigkeiten. Der braucht einerseits ein hohes technisches Verständnis und aber auch natürlich das entsprechende Gespür für die Pflanzen. Also die Gärtner haben bei uns sehr, sehr viel oder fast alles in der Hand und die sind eigentlich hauptverantwortlich, dass wir auch entsprechend die Mengen ernten, die wir geplant haben. Das hat nichts mehr damit zu tun, am Boden rum zu jäten, sondern das sind eigentlich Techniker, die... Genau, also der Gärtner in so einer Anlage ist eher ein Hightech-Gärtner. Also das Thema mit dem klassischen Gärtner am Feld hat das eigentlich wenig zu tun mittlerweile, ja. Wie würdest du dich definieren als beruflich? Also natürlich als Finanzchefin, aber du bist ja für alles verantwortlich eigentlich. Ja, als Geschäftsführerin halt für viele Bereiche verantwortlich. Ja, habe mittlerweile auch meine Liebe zu den Pflanzen gefunden und bin auch da ganz tatkräftig dabei in den Planungen. Schön, und jetzt schauen wir uns dein Büro noch an. Gerne. Jetzt habt ihr ein wahnsinnig schönes Projekt Bio-Bienenapfel, wo viele prominente Botschafter dafür plädieren, dass wir die Bienen schützen. Warum habt ihr das ins Leben gerufen? Ja, dadurch, dass wir in der Landwirtschaft tätig sind, merken wir natürlich auch tagtäglich, was aktueller Klimawandel bedeutet oder auch das Bienensterben. Für 70 Prozent aller Obst- und Gemüsesorten braucht man Bienen zur Bestäubung, sonst wachsen keine Früchte. Das heißt, es ist auch extrem wichtig für uns für die Versorgung. Und man sagt ja auch, Albert Einstein hat damals schon gesagt, also vier Jahre ohne die Biene hast du kein Leben mehr auf der Erde. Also so eine große Bedeutung haben Bienen und dass es umwelttechnisch für die Bienenakt, also in den vergangenen Jahren sehr schlecht war, dass viele gestorben sind aufgrund von extremen Pflanzenschutzmitteleinsatz und so. Das ist ja mittlerweile gut bekannt und wir haben es uns einfach zum Ziel gesetzt, wieder Lebensraum auch für Wildbienen zu schaffen. Weil Wildbienen sind die essentiellen Bienen eigentlich für die Bestäubung. Also das sind gar nicht so stark die Honigbienen, da gibt es noch viel mehr Wildbienen. Und mit dem Projekt Biobienenapfel haben wir es uns zum Ziel gesetzt, eben Lebensraum für Wildbienen zu schaffen. Das heißt, wir in dem Projekt engagieren wir uns dafür, dass einfach entsprechende Blumenwiesen angelegt werden. Da zielt eben unser Projekt darauf ab, wie der Lebensraum den Bienen, den Wildbienen und natürlich auch den anderen Insekten auch in den urbanen Räumen in den Städten den Bienen zur Verfügung zu stellen und zurückzugeben. Das heißt, diese Dramatik ist eigentlich den wenigsten bewusst, dass es deutlich weniger Bienen gibt, als noch vor, ich sage jetzt mal, zehn Jahren. Absolut. Dass das Bienensterben massiv voranschreitet und wie Sie schon gesagt haben, Einstein hat es gesagt, wenn die Biene stirbt, stirbt auch der Mensch. Das ist eigentlich in der Öffentlichkeit nicht wirklich ein Thema. Genau. Und darum wollen wir ja appellieren. Und wissen Sie, was das unglaublich Schöne ist auch an dieser Bewegung am Biobienenapfel ist ja eine Umwelt- und Gesellschaftsinitiative. Es kostet eigentlich niemanden was. Wir haben jetzt alle Bedenken, wir sind unsicher, alles wird teurer. Und wenn man sich das jetzt ansieht, ist eigentlich das Thema Umwelt in die zweite Reihe gerückt. Ja, ich glaube, wir haben andere Sorgen. Aber mit diesem Projekt kann jeder und jede und jeder wirklich was persönlich tun, ohne dass es was kostet. Wenn es nur ein Blumentopf auf dem Balkon ist oder ein Hochbett oder im Garten einen Quadratmeter Bienenwiese. Lebensraum schaffen für die Bienen. Genau. Und wenn das viele machen, wenn das Hunderttausende oder Millionen machen, was glauben Sie, was wir da für einen Lebensraum zurückbekommen, haben wir aber nicht nur für die Bienen, sondern auch für uns Menschen. Und das ist das Schöne in Zeiten wie diesen. Ich glaube, das ist auch der Erfolg dieses Projektes, die Einfachheit. Klar, verständlich, ehrlich und jeder und jede kann mitmachen, egal welche Gesinnung, egal wie alt es ist. Es gibt niemanden und jeder kann was tun. Und das finde ich einfach wirklich unglaublich schön. Jetzt seid ihr sehr familienfreundlich. Du hast gesagt, auch sehr, sehr frauenfreundlich. Seid mehrfach auch schon ausgezeichnet. Man steckt sich da doch trotzdem, nehme ich an, immer neue Ziele. Obwohl ihr schon sehr weit oben seid. Was ist denn eure Vision für die nächsten Jahre? Also die ganz große Vision ist ganz klar, dass wir die Unternehmensgruppe CO2-neutral stellen. Es wird aber noch einige Jahre dauern, da sind sehr viele Vorarbeiten zu leisten, dass wir das schaffen, weil wir da einfach unseren nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen wollen. Das andere, gerade in Richtung Versorgung, wollen wir das verstärken in Richtung regionale und nachhaltige landwirtschaftliche Produktion. Also dass wir auch hier teilweise selbst noch mehr machen, um einfach für eine bessere Versorgung zu sorgen. Und wenn man bei euch so durchspaziert, dann hat man den Eindruck, viel besser geht es ja eigentlich nicht. Man unterschätzt oft, wie viel in Österreich eigentlich gegessen wird. Also viele glauben, wenn sie bei uns zu Besuch sind, das geht niemals, das kann keiner essen. Und mit unserer Anlage versorgen wir bei weitem nicht den Gemüsebedarf, den es in Österreich gibt. Also da sind wir ein kleines Stückchen davon. Aber das Ziel ist da einfach noch auszuweiten. Genau. Bist du schon manchmal auch sehr stolz, dass du hier arbeiten kannst und dass ihr da so wahnsinnig viel schon aufgebaut habt? Oder hat man so einen Druck, dass man das gar nicht denkt? Also definitiv stolz, dass ich das Unternehmen weiterführen darf. Ich muss sagen, oft bin ich mir, glaube ich, gar nicht so bewusst, was da eigentlich schon alles passiert ist. Man lebt in dem so drinnen. Ich bin damit aufgewachsen. Das ist immer größer geworden. Und wir haben einfach sehr viel Arbeit um das Ganze hineingesteckt, dass das rauskommt. Aber es ist immer wieder gut, sich wieder vor das Bewusstsein zu schaffen, dass das schon etwas Großartiges auch da ist. Man könnte schon sehr stolz sein. Das ist schon eine tolle Leistung, das, was hier täglich passiert. Ja, danke. Nachhaltigkeit ist jetzt in aller Munde. Katrin Hohensinner ist mit diesem Thema aufgewachsen und führt das Familienunternehmen, das ihr Vater Manfred gegründet hat, in die Zukunft. Was meine unglaubliche persönliche Motivation ist. Ich habe das Glück, dass meine drei Kinder alle in der Firma sind, ist auch schon ein Segen. Aber wissen Sie, was mich am Besonderen antreibt? Wenn ich meine zwei Enkelsöhne sehe, Paul und Alexander, fünf und drei Jahre, wissen Sie, was ich nicht möchte? Dass die einmal sagen, der Opa hätte was tun können, der hat nichts getan. Wissen Sie, auch diese Kinder, man spricht so viel von enkeltauglicher Landwirtschaft und Zukunft. Wir haben es jetzt in der Hand, was zu tun. Und wie gesagt, das ist wirklich meine Motivation. Und ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass wir dieses Interview führen dürfen und dass Sie das auch hinaustragen. Und hier auch das unterstützen, wie natürlich auch Miele hier und viele andere Partner, um hier wirklich eine Bewegung auszulösen. Und ich glaube, das tut uns auch allen gut. Das tut uns auch allen gut, in Zeiten wie diesen etwas Positives zu tun, was nicht unbedingt das Geldbörsel belastet, aber was uns das Gewissen, die Freude gibt, aber auch die Zukunft, dass es etwas Gutes für die Umwelt und für unsere Kinder und Enkelkinder macht. Also ich habe schon wieder Appetit auf einen Tomatensnack aus regionalem Anbau. Der ist zu süß, da kann ich sogar die Schokolade weglassen. Tomaten haben übrigens null Kalorien, haben wir gehört. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Wir sehen uns.